Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5192 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Toll, dass wir so schnell gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Toll! Dass wir so schnell gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Toll, dass wir so schnell gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Ich habe heute Geburtstag. Ich bin drei Monate alt. Ich habe heute Geburtstag. Ich bin drei Monate alt. Abends spiele ich Schach mit einem Freund aus Kanada. Das Internet macht alles möglich. Abends spiele ich Schach mit einem Freund aus Kanada. Abends spiele ich Schach mit einem Freund aus Kanada. Das Internet macht alles möglich. Hast du Lust zu mir zu kommen? Ich habe heute früher Feierabend. Hast du Lust zu mir zu kommen? Ich habe heute früher Feierabend. Ich habe alles für das Treffen organisiert. Jetzt fehlt nur noch der Blumenschmuck. Jetzt fehlt nur noch der Blumenschmuck. Ich habe alles für das Treffen organisiert. Jetzt fehlt nur noch der Blumenschmuck. Das kann ich nicht glauben. Um das Metall in die gewünschte Form zu bringen, verwendet der Schmied verschiedene Hämmer. Nach einem Bachelorstudium ist es sinnvoll, das Wissen mit einem Masterstudium zu vertiefen oder zu erweitern. Nach einem Bachelorstudium ist es sinnvoll, das Wissen mit einem Masterstudium zu vertiefen oder zu erweitern. Du machst das schon ganz gut mit dem Tanzen. Wir werden jetzt öfter üben. Du machst das schon ganz gut mit dem Tanzen. Wir werden jetzt öfter üben. Du machst das schon ganz gut mit dem Tanzen. Du machst das schon ganz gut mit dem Tanzen. Wir werden jetzt öfter üben. Es ist kurz nach Mitternacht. Wir feiern heute Peters Geburtstag. Es ist kurz nach Mitternacht. Wir werden jetzt öfter üben. 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 Macht es metre.